Bitbibel, die App, die dich dazu bringt, jedes Mal einen Bibelferst zu lesen. Wenn du deinen Sperrbildschirm einschaltest, schauen wir uns die ehrlichen Bewertungen der Benutzer an und sehen, was hilfreich war. Es ist gut, den Tag mit dem Lesen eines Bibelferses zu beginnen. Ich habe das Gefühl, die Bibel bis zum Ende des Tages bei mir zu tragen. Immer wenn ich mein Handy einschalte, erinnert mich die App daran, die Bibel zu lesen. Selbst wenn ich mein Handy einschalte, um etwas anderes zu tun, lese ich vorher einen Bibelferst. Bitbibel hilft mir, zu verhindern, dass ich zu viel Zeit auf meinem Handy verbringe. Diese App ist so gut, man kann auch die Bibel in vielen Versen lesen. Ich möchte diese App der jüngeren Generation empfehlen. Ich kann problemlos drei Bibelfersen pro Tag lesen. Diese App ist perfekt und brillant. Manchmal tut es mir leid, dass ich diese App kostenlos benutze. Der Schöpfer dieser App wird im Himmel viel Respekt ernten. Ich bete, dass diese App ein Segen für unsere Missionstätigkeit sein wird. In diesem Tempo. Es wäre möglich, die ganze Bibel mehrmals im Jahr zu lesen. Was denkst du? Wenn du glaubst, dass es dein religiöses Leben unterstützen wird, dann lade es jetzt herunter. Es ist völlig kostenlos. Ändere dein Leben vom Leben auf dem Weg der Welt zum Leben im Licht Gottes.